willkommen zurück zu minecraft so wir wollen ja hier weiter mit dem erkunden der schlucht eben weitermachen die sachen werden wir hinterher halt noch einsamen hoch gut der war sehr exklusiv so dann wollen wir mal wieder ja falls ihr alle schön mal runter so will noch jemand mehr auf den kopf fallen aber das ist nicht so diesmal nicht junge so dann füllen wir mal hier ja 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 ich habe dich herantrapsen gehört so diesmal nicht so dann holen wir schnell doch das eisen hier raus so noch mehr sehr gut so und jetzt stopfen wir hier schnell wieder zu so dann machen wir auch hier das so so dann gucken wir mal was hier hinten sich noch verbirgt hallo da ist nur eine fledermaus entschuldigung da ist noch was dahinter dann wollen wir mal da durch da ist die frage wo ist das kann halt ah hier ist noch eisen dann nehmen wir das natürlich hey fledermaus ich will dir ja nichts tun aber wenn du mir in die spitzhacke fliegst aha wir haben also einen weiteren höhlen abschnitt gefunden machen wir mal da einmal erleuchtung da auch so und hier machen wir auch so aha und da kommt natürlich wieder möchte gern explosiv so naja wer schießt mir da in den hinteren bei den skeletten ist das immer zu blöd die halten einen immer so doof auf distanz so so gehen wir erst drauf wir gehen erst mal hier so ein bisschen höhlen forschung bevor wir uns wieder ähm den richtigen weg zur mine ich war ja da beim letzten mal ein wenig irritiert weil ich den äh falschen zettel ähm hatte hallo so wir können ja einmal hier nach oben buddeln so und dann aber auch hier sage ich mal er kommt heran dann kommt auch noch oder hat er uns da könnte doch noch jemand so kommt heran kommt heran kommt heran so gut dann werden wir jetzt hier nach unten buddeln oh da geht es noch nicht okay ähm wo könnte ich denn natürlich so ähm ich glaube ich stopfe mal hier lieber so ein bisschen zumindest so machen wir hier schön zu dann kann uns nix äh auf den kopf springen dann können die nämlich nur äh da halt hier durchkommen so gut machen setzen wir das hier auch eins hoch so so gut dann machen wir hier auch mal eben zu so äh machen wir kurz diesen da äh oder dann können sie da einmal runter kommen aber sie können nicht so 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 ja ähm dann gucken wir mal dass wir hier einen weg nach unten finden so so machen wir so und so dann können wir hier jetzt einmal so 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 und dann machen wir hier direkt ein paar Fackeln hin so 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 dann machen wir hier mal ein wenig licht so 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 dann machen wir hier auch markierung so so meine güte ist das mal wieder hier verwurschtelt warum denn nur so hier kommen wir wieder da nach oben da ist das skeletti so so eine schöne rüstung hast du da hat dir aber nichts gebracht eine lederjacke ah ja okay haben wir sie nackig gemacht so dann wollen wir mal auch hier licht ins dunkel bringen und wir sollten äh ja bald auch wieder etwas kohle farmen aber wir haben ja genug hier erstmal schön erleuchten so ich könnte auch gucken ob es hell genug ist mit ah erstmal den weg bevor ich was sage so ähm es gibt eine Methode um zu sehen wie weit man ausgeleuchtet hat ob es genug ausgeleuchtet ist oder nicht und zwar wenn man ähm ähm f7 drückt müsste das sein mal gucken ähm Ne, jetzt wird es nicht angezeigt. Ne, wird leider nicht angezeigt. Naja, gut. Vielleicht klappt das auch nur auf. Ne, es hat auch mal hier im Singleplayer mal eine gewisse Zeit funktioniert. Okay, gut. Dann mache ich jetzt weitere Stoops. Stickies. So, patsch. Jetzt habe ich... Daraus mache ich jetzt... Okay, so. Sehr gut. Mal sehen, wie tief es hier noch runter geht. Aha, hier ist erstmal Schluss. Noch mehr Höhenzugänge. So. So. Komm her. So. Und auch hier... Ah, da ist Gold. Nehmen wir natürlich... Ups. Ne, patsch. So, ähm... Hier, so wollte ich markieren. Ich dachte, hier wäre nur eine Nische. Meine Güte, die Höhle entpuppt sich ja mal wieder als Riesenbereich. So, irgendwo mal eine Sackgasse, bitte. Ah, da waren wir schon. Da schließt sich wohl... Da schließt sich wohl... Irgendwas. Hallo. Na? So. Dann gucken wir hier mal weiter. So, na, willst du auch... ...natürlich... ...seinen Beitrag leisten. Okay, Doc. Doc.de. Äh, oder sollen wir... ...an... Komm, holen wir uns jetzt da die... ...Erfahrungspünktchen. Ach, du, schon wieder... ...habt ihr hier Volksversammlung? Offensichtlich nicht. So, und... ...dann befackeln wir jetzt hier. Und dann müssen wir... So, dann können wir hier... ...wir tun jetzt schon mal den wieder hin. Oh, was essen. So, gut. Das ist nur die Fledermaus. So, dann holen wir mal... ...das Zeug aus... ...dem Boden. So, okay. Und... ...zu damit. Sehr schön. Dann kommt es jetzt hier. So, und auch hier wieder zu. So. Ne, ich war halt im letzten Part ein bisschen irritiert oder verwirrt, sag ich mal. Weil ich auch in einer meiner privaten Maps, sag ich mal, auch unterwegs war. Und da hatte ich mir auch so eine Basis gemacht. Und, ähm, ja, hatte die Koordinaten auch aufgeschrieben gehabt. Und, ja, die waren fast ähnlich. Und da habe ich halt die Zettel praktisch vertauscht. So. Aber, naja, ist ja nicht weiter tragisch. Ich habe ja den Zettel wieder. Und, ja, deswegen ist das kein Problem. Buch. Und, ja. Und, ja. Haben wir hier soweit? Würde ja sagen. hallo hier gibt es aber nichts umsonst so hier war weiter so dann holen wir uns jetzt hier müssen wir jetzt erst mal wieder ausleuchten musste immer stören kommen danke so dann machen wir hier nicht da und da kommen wir wieder an einer stelle wo wir schon mal waren ach so hier ist das okay das ist mein popo da habe ich es nicht gerne wenn fremde aufschießen das hast du nun davon das ist die strafe dafür so dann machen wir mal einfach hier da 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 haben wir ausgeleuchtet okay und wie es weitergeht sehen wir dann im nächsten part schön dass du dabei warst schön wäre es wenn du auch im nächsten part dabei sein würdest ich wünsche dir auf jeden fall einen schönen tag einen schönen abend viel spaß und bis denne dann tschüss und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal